Sehr, sehr schön. Neues Stück. Guck mal. Erstes Mal hast du auswendig gespielt. Und hast du geschafft. Noch einmal. Also, Ding, das ist ja... Du bist jetzt hier nicht Puppe. Ist das die Puppe? Nein. Wie ist denn das? Eine fröhliche Puppe. Aber wahrscheinlich, das ist ein Mädchen, das freut, dass Puppe wieder gesund und fröhlich ist. Das bist du. Ach, wie schön. Ich freue mich. Wie schön. Sie lebt. Und das ist die Puppe. Sie versucht, schöne Kleider zu finden für sich. Oder Schleifchen oder Rock. Etwas. Aber hier bist du. Du freust dich. Okay? Und das ist die Puppe. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Und die Puppe. Schade, schade, schade. Aber mach nichts. Also hier, sie sucht hier. Und du findest nichts. Dann ist sie ein bisschen schon sauer. Ich finde nichts. Für meinen ersten Ball. Okay? Okay? Prende mal. G-A-s. G-A-s. Das war unten irgendwo im Schrank und auf obere Etage hat sie geschaut, gibt es da was? Dann probiere ich noch mal, was soll ich hier? Wie kann es sein? Das ist die gleiche Ebene Probier mal, nur rechte Ja, nochmal Spannend hier Gut, mit beiden Du spielst nicht nur Puppe, sondern nur Schmetterling Du spielst ohne Gewicht Ich gehe nach vorne mit dem ganzen Körper Okay 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 Kanzo, spiel mir mit dem ganzen Gewicht Ich möchte, dass du spürst, dass du in die Taste gehst. Ich möchte, dass du spürst, dass du spürst, dass du spürst. Ich möchte, dass du spürst, dass du spürst, dass du spürst. Aber wir können sagen, komm her, komm her. Oder wo ... Und jetzt mit beiden ... Ich möchte, dass du spürst, dass du spürst, dass du spürst. Gut, und jetzt nicht ein Akkord, sondern ... Linke Hand, das ist ... Kannst du eine Frage machen, nicht? Und jetzt zweimal ... Linke Hand, das ist ... Du musst ... Also, du musst ... Zeige mal, da ... Doch, und ... Das ist ... Ja, das ist ein bisschen ... Ja, das ist ein bisschen ... So ungefähr ... Das ist so viel Arbeit noch ... Oh Gott! Das ist so viel Arbeit noch ... Das ist so viel Arbeit noch ...